Weil der Chris behindert ist, muss ich jetzt die Ansage machen. Ja, und jetzt machen wir noch ein Steinmet auf. Das hat keiner. Was gibt's denn Ansage, oder was? Das war übelst krasse Ansage. Das war meine Ansage, ha? Nee, das war eine G-Sage. Ich weiß genau, wo du bist. Wir haben schon wieder kämpft und wartet, bis ich um die Ecke komme. Wir haben schon wieder kämpft und wartet, bis ich um die Ecke komme. Nix kann er, ey. Weil ich Wallhack drin habe. Ja, weil du wusstest, wo ich herkomme. Oh nein! Oh doch! Ach, komm! Wo sind? Ja, so spät mal als Nibber. Als Nubauer. Da, schon wieder! Wir warten, bis ich um die Ecke komme. Wir warten, bis ich um die Ecke komme. Da, schon wieder. Da, schon wieder. Was soll ich denn machen? Soll ich, äh... Aber zu mir, zu mir sagt der Campen. Zu mir sagt der Campen. Was soll ich denn sonst machen soll ich hier? Weil's auch wirklich so ist. Wie erwartet, bis ich um die Ecke komme. Wie erwartet! Was denn? Nein! Diesmal sage ich nix. Als ich Campen. Gut, wir sagen einfach nix mehr. Ganz einfach. Wir schweigen jetzt neun Minuten lang, du Behinderter. Hä? Was? Wir sagen jetzt einfach acht Minuten und 45 Sekunden lang nix mehr. Ja. Jetzt wird Musik eingespielt, so dass wir keinen Bock mehr haben. Genau. Du 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 du. Das ist keine Musik. Ey, das gibts nicht! Habt ihr das g'sehen, ey! Was hast du ein Locker? Was war das für ein Locker? Wo spielt man's Schneiver! Machen wir jetzt mit Pistol oder ohne? Nein, ohne. Du bist behindert. Auch mit Kanaden, ja. Ja. Gut, ohne Kanaden. Nee, nein, ohne Kanaden. Nein, ich hab dich laufen gehört. Ich hab gedacht, du wärst da vorne. War mir so klar, der kommt doch immer von hinten. Der sagt doch mal, dreht dich um oder so. Ja, aber nicht, dass du mir das warst. Nein, ich war nicht. Dein Arschloch. Ja. Ja. Pass auf, wenn ich jetzt mal einen Assist mach. Assist. Jetzt hol ich dich. Bin hinter dir. Nicht. Einblick bist doch hinter mir. Oh, ist echt so. Ist echt so. Oh. Ja. Ja. Ja, ja. Lack. Lack oder können. Und mir ist alles können. Ja. Ich hasse Leute, die immer Lacken fragen. Ja. Ich hasse sowas, ganz ehrlich. Ja, ich sag doch aber so, wenn du immer... Ich sag doch auch nicht zu dir Lack. Na, ist aber so. Und ich schütze mir doch die ganze Zeit rein mit No-Scope. Ich mach keinen No-Scope, du Kunde. Ja, aber trotzdem springst du mir die ganze Zeit rein, aber das ist keine. Ich schütze mir überhaupt nicht rein. Ja, die ist letztendlich immer auf Hangar, ey. Das ist können, ey. Ich muss das nur machen, einen so rein zu bringen. Aber die Scope und so. Nicht in alle Gegner rein zu schreiben. Das ist Lack. Ja. Ja. Aber da oben kämpft man so. Ja, das ist wieder Campen, genau. Ja, das ist still, ne. Du hättest doch von hinten kommen können. Dann wärst kein Campen gewesen, gell. Leute, Leute. Ja, das ist peinlich. Das ist halt peinlich, dass du sowas aufnimmst. Ganz ehrlich. Ja, ja, das ist peinlich, dass du dich über sowas aufregst. Und ich spring dir die ganze Zeit nicht rein. Ich spring dir auch nicht die ganze Zeit rein. Ich bin dir grad voll entgegengesprungen von da oben, like Spider-Man und sogar. Hab mein Netz zu dir rüber gesponnen. Ja. Nicht, dass er wieder hinter mir kommt. Oh. Scheiße, Mann. Komm doch nicht her, du springst mir nur wieder rein. Ich spring dir nicht rein. Ah, angehittet. Scheiße. Scheiße Scheiße. Scheiße, stra só. Unsere dritte vom ist erklärt das ist wichtig ist das Wort sie jetzt nicht abziehst jetzt holst was soll ich noch sonst machen naja auf der Distanz hab ich keinen Bock du kämpst da eh nur wieder und war das noch nicht ich kämpfe überhaupt nicht passt denn noch nicht über Distanz hast du keinen Bock ja weil du nimmer ablust ne ja weil du nimmer rumkämpfst siehste das meine ich ey ich war hinter der Ecke genau wie du ich kam vorgelaufen genau wie du ey was da war wie wie ich gekämpft hab genau wie du ne ganz ehrlich nein da hat die Fresse ey ich hab gekämpft wie du halt deinen Maul halt deinen Maul die Zuschauer wissen schon wer kämpft wenn nicht kämpft halt deinen Maul ihr macht einfach ähm ähm Hashtag Basti und Hashtag Chris nein Hashtag Chris oder Hashtag Basti wer nicht wer kämpft wenn er denkt dass ich kämpft macht ein Like wenn er denkt dass der Chris kämpft macht ein Dislike ja eben ja eben ja oah wie ich hier einfach fast durch die Wand hätte ja was ist da los fragst du warum bist du dumm das war so ein Kunde du bist so ein Kunde das wir wartet bis ich um die Ecke kommt ne was soll ich sonst machen schießen bis dann ehrlich ja wir wartet bis ich um die Ecke kommt wie du gewartet hast ja wartet auch die ganze Zeit wir gewartet hat bis ich vorne stehe weil ich hab nicht mal gewartet ich hab da einfach nur geschossen als ich dich gesehen habe und das war sogar ein Noscope Treffer das war jetzt nicht wie das ich treffe ja ey nur Noscope zu einem Lack ganz erst halt einmal ach scheiße ah da hab ich gesehen da Mango ja wartet bis zum die Ecke kommen wie erwartet äh irgendwie muss man es ja genauso machen wie du ja ist klar ist klar ja wir müssen uns mal immer irgendeine Bestrafung ausdenken für einen Verlierer sonst hat das ganz ja keinen Sinn du musst jetzt eine Bestrafung machen jemand anrufen oder was ja Pizza Service oder so das muss der aufnehmen ja was musst du halt sagen ich will die Gay Pizza oder was ja ich hätt gern einmal die Karte rauf ne Runde oh wir hatten jetzt geschrieben das ist doch gay was du machst äh ne bis ich da ist wieder genau wie ich gewartet hab es ist ja ganz ehrlich ich sehe es langsam echt nicht mehr ein so einfach irgendwas von der Community einfach destroyed genau ja und dann noch zu mir sag es ist Slug alter na wir oben schon wieder rumcam ja ich komm grad auf hoch ja ne na wir immer noch da oben ist rumcam was soll ich machen was soll ich machen was soll ich machen was soll ich machen denn fragst du warum bist du dumm Käpt'n wort mir heiii geschrieben na ich glaub da hat er mir dann auch geschrieben wie er einfach da oben rumcamt wie er einfach da oben rumcamt ACH! NEH! 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 REBAY!!! SR! NEH! NEH! ERIK! geht nicht mehr die die ich bin noch GEMA und es ist gut ich denke ich das Thema ist Aja durch die Wand ist klar aber scheint zu fünf Häusern geschossen mit mit seinem Wolleck ich bin vor sich geschossen mit immer wieder Häuser Aber ich, ah scheiße ich hab hier gegen jemand geschossen. JA! Komm, ich hab dich voll gehittet. Ja! Scheiße! Ja was! Das war so witzig ey! Wie hab's erwartet bis ich um die Hecke gekommen? Das ist echt so. Du bist irgendwann noch verklagt von YouTube, deswegen. Das ist echt so. Das ist peinlich. Ja. Ist bisschen peinlich, dass du grad verlierst, find's nicht. Warum ist es so klar, dass du wieder da oben rumgammelst, ne? Warum war das nicht klar? Tja. Wieso warst du denn klar? Du behältst das. Fett! Bongo! Nein, ich muss nachladen! Jawoll! Ja, musst du nachladen, ey! Und ich würde sagen, das war mal wieder ein ganz klarer Sieg für mich, ganz klar. Ja, mal wieder mal! Ganz klar! Nächster Runde auf Russian Factory, morgen! Tschüss! Also dann! Bis zur nächsten Win-Folge! Tschüss! Verlier-Folge! Bis dann, Andrea! Tschüss! Tschüss! Schatti и Schau! Vielen Dank.